Zwei Einsatzfahrzeuge und ein Krankenwagen blockierten die Straße. Blaulicht erhellte die Hauswände ringsherum. Ein uniformierter stand frierend an der Tür. Die Temperaturen waren im Laufe der Nacht deutlich gesunken. Tommy versuchte möglichst wenig an das zu denken, was ihn in der Wohnung erwartete. Er hielt den Blick auf den tiefroten Teppich gerichtet, der sich wie eine Schlange über die Treppe nach oben zog. »Das ist schrecklich hier drinnen, Tommy!« Monsens Worte klangen ihm noch in den Ohren. Der metallische Geruch von Blut war schon am Ende der Treppe deutlich wahrzunehmen. Der Beamte, der dort stand, sah aus, als wollte er sich jeden Augenblick erbrechen. Die Wohnung war ganz typisch für den noblen Westen der Stadt. Drei hintereinander liegende Zimmer, weiße Wände und ein bediensteten Zimmer hinter der Küche. Tommy dachte, dass es sich möglicherweise um eine der Übergangswohnungen von Nobelhuren handelte. »Sie ist noch immer am Leben!«, flüsterte Monsen, der auf ihn zukam und den Satz dann noch einmal wiederholte. »Sie ist noch immer am Leben!« Dann verstummte er, als wüsste er nicht mehr, was er sagen sollte. Das kam verdammt selten vor. »Wer hat das gemeldet?« »Wissen wir nicht. Eine nicht registrierte Prepaid-Karte. Ein Mann hat durchgegeben, dass eine Frau, oder besser, ein Mädchen, tot in dieser Wohnung gefunden worden sei. Er hielt sie wohl für tot. Verdammt, dieser Anrufer könnte den, der das gemacht hat, noch gesehen haben.« »Scheiß Technologie«, dachte Tommy und sah erst jetzt auf die Uhr. Es war morgens, halb fünf. Von der Treppe drang Getrampel zu ihnen hoch. Ein weiteres Sanitäterteam stürmte hoch und stieß sie förmlich zur Seite. Dann kamen Georg Abrahamsen und ein Kollege von der Kriminaltechnik und zuletzt Friedrich Reuter, der nach all den Stufen einem Herzinfarkt nahe zu sein schien. Georg Abrahamsen schob sich mit der Kamera in der Hand ins Schlafzimmer. Tommy lief mit Plastiküberziehern an den Füßen und einem Haarnetz auf dem Kopf durch die Wohnung. Er begann in der nagelneuen Küche. Auch der bescheidene Inhalt der Schränke deutete darauf hin, dass die Wohnung nicht zum Wohnen verwendet wurde. Ein paar wenige Teller, Weingläser, eine Flasche Sekt im Kühlschrank. Nichts Essbares. Die Arbeitsflächen waren blitzblank und leer. Vielleicht hatte der Täter Sachen mitgenommen, die ihn verraten konnten, aber das erschien wenig wahrscheinlich. Tommy warf einen Blick aus dem Küchenfenster in den Innenhof. Über der Hoftür brannte eine Lampe. In einigen wenigen Fenstern war bereits Licht. Die Gardinen im Schlafzimmer waren zugezogen. Vielleicht war dahinter sogar noch ein lichtdichtes Rollo. Ein paar Sekunden lang wirkte die Welt vollkommen trostlos. Als wäre dieser Winter der letzte. Als würde die Menschheit keinen weiteren Sommer erleben.